Hallo und herzlich willkommen zu einem Spezialfolge mit mir, MaxVolgeTV. Bevor dieses Video beginnt, möchte ich euch ein großes Herz geben, weil wir haben schon das 80. Video. Das 80. Video ist, das ist das erste Video, das wir hochgeladen haben. Und schon über 120 Abonnenten. Danke an alle, die mich unterstützen. Mach Feuer so. Ich bin stolz auf euch, dass ihr mich unterstützt. Dann machen wir dieses Spezialvideo, das ich speziell uns überlegt habe oder so. Dann viel Spaß mit diesem Spezialvideo und los geht's. Gleis 3 1 1 C E 630 nach Bremen Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C bis C E 680 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof in den Abschnitten D bis C. Abfahrt 15.30 Uhr. Heute erste Platte in Abschnitt A und G. Zug wird in Hannover Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 1 C E 630 nach Bremen Hauptbahnhof in den Abschnitten D bis C. Abfahrt 15.00 Uhr. Heute erste Platte in Abschnitt E und F. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 1 1 C E 577 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 13.00 Uhr. Gleis 2 1 C E 577 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 13.00 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Gleis 2 1 C E 575 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 13.00 Uhr. Gleis 2 1 C E 585 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 13.00 Uhr. Gleis 2 1 C E 575 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 14.00 Uhr. Gleis 2 1 C E 575 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 14.00 Uhr. Gleis 2 1 C E 575 nach Stuttgart. Gleis 2 1 C E 575 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof in den Abschnitten D bis C. Abfahrt 14.00 Uhr. Gleis 3 1 C E 575 nach Stuttgart Hauptbahnhof in den Abschnitten A bis C. Abfahrt 14.00 Uhr. CC 370 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin-Ostbahnhof in den Abschnitten A bis G, 1 Grad uhrstündig 15.45 Uhr. Vorsicht bei der Eingracht. 1 Grad uhrstündig 15.45 Uhr. Vorsicht bei der Eingracht. 1 Grad uhrstündig 15.45 Uhr. 1 Grad uhrstündig 15.45 Uhr.